Siehst du den Hund? Der Hund geht einfach ins Bett und legt sich zu mir nieder. Dürfte es vor sein? Hund, schau, dass du rauskommst vom Bett. Hund, was tust du in meinem Bett? Raus aus meinem Bett! Hund, was tust du in meinem Bett? Raus aus meinem Bett, habe ich gesagt. Du Hund, du Hund, raus von meinem Bett, habe ich gesagt. Der Hund, der geht nicht raus, der liegt im Bett und fühlt sich wohl auch, so ein Hund geht raus von meinem Bett. Bett, raus, du Hund, habe ich gesagt. Raus, 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 raus von meinem Bett, du schierer Hund. Geh raus von meinem Bett, ach, du blöder, blöder Hund, ach, ja. Raus von meinem Bett, so schmeiß ich raus, ja, 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 geh, schmeiß wir die raus, ach, geh. Na, geh. Oh, jetzt ist er draußen. Siehst du, so machen wir das.